Dimmi, Digga, es tut mir so leid, Mann, es tut mir wirklich leid. Was denn? Die Bullen haben mir mit dem Tode gedroht, wenn ich nicht sag, wo ich mal ein Heroin her hab. Wir gucken immer, Informationen loszuziehen, die mir was zu tun haben. Willst du mich verarschen? Hast du mich jetzt geschnitzt bei den Bullen, oder was? Digga, die haben mir mit dem Tode gedroht, Mann, was soll ich denn machen? Und wollen uns halt auch keiner ein Auge machen, wenn die Kopfschmerzen haben. Wie jetzt? Du hast mich geschnitzt bei den Bullen, Mann? Was soll ich denn machen, Mann? Die haben mir ne Waffe in die Fresse gehalten. Soll ich einfach sagen, äh, der Nikolaus? Na klar, die Bullen halten dir ne Waffe in die Fresse, was bist du denn von Hoshi, Mann? Du sagst, ich verweigere meine Aussage, ich will meinen Anwalt sprechen, ich sag gar nix. Ja, die haben mich unfassbar bedroht und die waren richtig aggressiv, Mann. Mann, 136er oder so'n Scheiß, Mann, hier, ich verweigere die Aussage, ich sag gar nix. Ich sitz vor meinem Bruder. Das weiß ich, das wusste ich nicht, Mann. Was hat er denn jetzt wieder angestellt? Der hat mich verfiffen, der hatte Koks dabei und Heroin. Der sagt, das hat er von mir. Nee, stimmt doch gar nicht, das ist dieser Plaktikant von denen. Was? Dieser Cop-Praktikant, der gestern da war, der hat das doch gemacht. Genau, ey, sag, hier, der Cop-Praktikant, der hat dir das gegeben, Mann. Ja, ich stehe schon, also ich sitz schon im Auto bei Ash. Ach so, du bist schon wieder raus. Sag den anderen mal, der Name ist Sergeant Connor West. Sergeant Connor West ist der Name. Sergeant Connor West ist von dem mit Pumpgun-Typen, der das gemacht hat. Ja, Sergeant Connor West ist der Name mit der Pumpgun, der Typ. Naja, über den wird sich doch beschwert. Lassst du denn einfach Hops nehmen? Ich beschwär mich und nehm ihn Hops. Hier komm du mir nach Hause, ne? Ja, das ist doppeldeckig. Ja, tut mir leid, Schwie, Mann. Du kriegst gleich voll auf die Fresse. Nein, bitte nicht, ich war gar nicht abhängig. Ich hab mit Leid mit mir. Ja, klar. Der wird gefickt von der Polizei hinterher von uns. Ich hab nichts, ich kann mich nicht wehren, die haben ja alles abgenommen. Ich hab nur Schlagring in die Tasche, Mann. Welchen Zahn möchtest du ausgeschlagen bekommen, Mann? Gar keinen. Und wenn ich die Wahl habe, dann den Weisheitszahn. Der muss sich aber ganz schön weit hinten schlagen, Mann. Dann knack ich dir doch den Kiefer aus, das ist nicht gut. Nein, Mann, hör auf. Das kann ich nicht bringen, das geht nicht. Ich küsse dir einmal die Glatze. Ja, 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 ja. Ich zieh den nach hinten gleich. Warte, wir treffen uns aufs Klo. Hä? Ja, ich bin dick heute. Bin ich beschnitten. Ah, du bist doch behindert. Halt die Fresse, ich leck jetzt auf. Okay. Irgendes, Bruder, bitte nicht. Doch, fürn Flex. Ja, dann mach ich dich Gold. Ja, ist doch Gold. Sieht mir aus wie Kupfer, Alter. Das? Die? Nein. Die? Nein, nein, nein. Ja, die sind alle klein, das ist scheiße. Was ist mit den Originals? Sind die Gold? Ne, die sind nicht Gold, ne? Warte mal, mach die nochmal. Die sind voll scheiße. Die sind wild. Die sind voll ekelhaft, Mann. Die haben was. Nein. Ich fühl die. Die sind nicht Gold, Mann. Mit dem weißen Streifen? Ja. Ja. Weißt du, wie groß die damit aussehen? Das kann ich nicht machen, Mann. Die sehen total beknattert aus. Ja, aber jetzt auch nicht klein, oder? Ja, so 20 Zoll halt, ne? Sind halt weitaus kleiner als die anderen, aber sind auch nicht gerade die kleinsten. Kann man schon mal raufmachen für eine Woche, oder? Ja, für eine Woche schon. Die oder die Dollarfolgen? Die, ich bin. Aber für einen Jocker eigentlich Dollar, oder? Nein. Tu mir den Gefallen, bitte kein Dollarzeichen. Oder die? Ja, alles, aber kein Dollarzeichen. Die? Ja. Sind schon cool, ne? Ja, die. Ping bringt mich um, Alter. What the fuck? Ach du Scheiße, Jimmy. Gang Gang. Ach so. Ach du Scheiße. Holy shit, Mann. Das sieht richtig geil aus, das grüne Licht, Mann. Gang Gang. Ist das erlaubt? Die Felgen, Alter. Die Unterbodenbeleuchtung, Alter. Was zum Teufel, Jimmy? Diese Felgen, Alter. Ja, Stallpunkte. Passion. Scheiße, Mann. Die kosten nur 6 Euro. Alter. Alter. Alter, da finde ich die Weißen besser. Ja, ich dachte mir, so ein paar Tage kann man die mal raufziehen. Ja, ja, klar. Eigentlich habe ich mit einer Reaktion von Ping gerechnet, aber hm. Die kommt bestimmt, wenn wir gleich am Restaurant stehen. Nein. Nein. Ja, uuuh. Nein. Nein. Ja. Auf mein Auto! jimmy auf den lambo auf dem lambo gegen elenas auto das heißt es für elenas auto genau dass das passiert das nur gemacht um mich zu klickern das ist mein mercedes sind du es uns kriegst du nochmals auf den arzt trottkarre mein auto wo die andere verpickte felgen hat mich gerade so ein bisschen wird ich weiß nicht nur so am telefon und pink kommt so schlack auf mich zu was mit dollar felgen sind die cool ja ja die macht jimmy wasser felgen man die sind voll hip was 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 warte mal was zum essen mann ach ja was denn die hinten im koffer namen lieben ja baguette salami echt ja neun stück jetzt nur noch sieben keine ahnung gleich ist das ein bestbeschläger oder nicht ja ja die bär nimm die hände hoch dann nehm ich die ab wer trau mich wer trau mich ich mach einfach die hände hoch wer trau mich das kriegt schon keiner mit wer trau mich los nimm die hände hoch du sack ansonsten hau ich dir aufs maul mach das ab mach das nicht ab mach das nicht ab komm her komm her ja bleib stehen ich mach dir das ab du arschloch mach die scheiße ab ja mach ich warte wenn du mir jetzt noch was rausnimmst halt eh ich schweig knüppel dich um warte wenn du mir jetzt den tesra japan jetzt bleibst du nochmals auf den ars und so ein baseballs leger nein ouch nimm die taschenlampe weg nimm die taschenlampe weg du Lutzer. Der hat es dann eigentlich kassiert auf dem Popo mit dem Slugstock. Taser wieder. Mein Taser wieder. Ich geh jetzt leicht. Gib mir mein Taser wieder. Und du gib mir meinen Baseballschläger wieder. Ich hab nichts von dir. Gib mir. Komm rein. Kleiner Lutzer, Digga. Willst du jetzt noch eine oder ist jetzt die hier? Gib mir jetzt, Jimmy, du machst die Hände hinter den Kopf. Und zwar, Yalla. Jimmy, okay. Ja, ganz toll gemacht. Ja, Sobi. Das ist was? Kannst du mir nicht lufen? No. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Davon ist auf den Boden gefallen. Die Flau hat leider, ja, die Oberhand gehabt. Okay. Ach, ich danke. Tschüss. Ping bringt mich um, Alter.